Wir sind mit den Betontagen auch neben dem Fachprogramm eine Netzwerkplattform, auf der Sie sich mit Kollegen, Marktpartnern, sämtlichen Akteuren der Branche austauschen können. Wir haben hier ganz verschiedene Specials für Sie in die drei Tage eingebaut, auf die wir hier ein bisschen näher noch eingehen wollen. Wir haben dieses Jahr als Abschluss des zweiten Kongresstages einen ganz speziellen besonderen Beitrag. Sonst ist unser Schwerpunkt hier immer, dass wir bewusst über den Tellerrand hinaus blicken. Diesmal werfen wir den Blick in die Branche hinein. Was hat es denn damit auf sich? Ja, ist mal was ganz anderes. Wir bleiben ein Stück fachlich, gehen aber trotzdem in die Zukunft und die Vision, die ein profunder Kenner unserer Szene hat. Das ist Manfred Hecker, Professor Hecker, frisch emeritiert, aber natürlich sehr engagiert weiterhin. Und er wird seine Sicht der Dinge zur Zukunft des Bauens darlegen, in einer eben nicht so sehr technischen Form, sondern seine Vision, was er glaubt, wo es hingeht. Das ist auch besonders. Schauen wir uns mal an. Und im Anschluss an unseren besonderen Beitrag laden wir Sie noch zu einem Feierabendgetränk in der Ausstellung ein, mit musikalischer Untermalung und einem informellen Ausklang des Tages. Am ersten Tag findet abends unsere bewährte Abendveranstaltung im Einsteinsaal statt. Die hat, seit wir im Maritimsinn, ein bisschen mehr integrativen Charakter auch in die Ausstellung. Was erwartet uns denn neben dem gesellschaftlichen Beisammensein? Auf was können sich die Teilnehmer mal freuen? Ja, das Schöne ist ja, dass die Ausstellung praktisch ein Teil der Veranstaltung ist. Man kann den ganzen Abend überall rumlaufen. Am Anfang haben eher die Aussteller unten was davon, weil da gibt es ein Sektenbierchen. Erst mal eine Stunde, bevor wir hochgehen. Was später eben ist, wir werden einen schönen Platz finden, um die Preisverleihung für Concrete Future vorzunehmen. Das sind die besten Azubis und die besten Meisterschüler, die ausgezeichnet wurden. Wir werden traditionell vom Berufsförderungswerk und der Eberhard-Schöck-Stiftung bei den Azubis. Bei den Meistern ist es traditionell der Förderverein der Ulmer Meisterschule, die von vielen Engagement im Ehrenamt auch geprägt wird. Und wir werden einen guten Platz finden und freuen uns, dass es auch dieses Jahr gelungen ist, wieder tolle Preise zu haben. Wir werden auch ein bis zwei hochspannende Meisterstücke auf den Betontagen haben. Da gibt es die Zusage und die werden wir prominent platzieren. Also wir sind schon gespannt, das Ganze dann auch entsprechend zu platzieren.